Hallo und herzlich willkommen bei Scootertouren. Mein Name ist Günter Wimme und ich zeige dir alles, was du zum Thema Reisen mit dem Motorroller wissen möchtest. Heute zeige ich dir eine Zusammenfassung unserer Tour durch Schwarzwald und Elsass 2016. Wir hatten ziemlich gutes Wetter erwischt. Wir sind am ersten Tag nämlich rüber ins Elsass. Das war ziemlich neu. Im Schwarzwald waren wir ja schon öfter. Sind losgefahren durch die rheinische Tiefebene. Alles ist toll. Dann hoch über Zabern, hoch in die Berge, Dabu, Kurven, Kurven, Kurven und ja, leider auch Regen. 30 Kilometer hat es ziemlich geregnet. Dann sind wir weiter runter, haben gedacht, fahren wir mal nach Straßburg, schauen wir mal, wie es ist. Und siehe da, in Straßburg war schönstes, kurze Hosen, Wetter, T-Shirts. Da sind wir raus, haben einen kurzen Stopp gemacht, an Münster, haben uns das angeschaut und dann sind wir weiter zurück in den Schwarzwald. Am nächsten Tag, im Schwarzwald selber, war das Wetter trocken, wunderbar. Wir sind einfach losgefahren, waren im Uhrenmuseum in Villingen-Schwenningen und sind wieder durch Kurven zurückgefahren. Schwarzwälder Kirschtorte gab es natürlich auch. Und jetzt schaut euch einfach mal die Bilder an. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann schickt mir einfach ein paar Zeilen oder ruft mich an. Da finden ja noch einige Touren dieses Jahr statt. Meine Adresse kommt jetzt im Abspann. Also, bis bald. Ciao, ciao. Euer Günther Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.